Das ist das Hacken des Saches, das das Brinkmachstum ist, ein Gelecht bis an die Kesse des Technisch-Schröpfe zu zwiebeln. Und er hat das gemacht mit seinem 1. Neuz-Vorfuhr, in der 5,4-Torre, mit einem Neuz-Diesel, gerade 500 PS in der Serie, das Aggregat. Und hier wird ein Stinken gegen Flugzeugmotoren, die schon serienmäßig locker 1700 PS prägen. Aber Peter Daniels und seine Brüder haben hier jeweils die Jungs geblasen, die Sturzlöger. Und er hat das leheste Scharfe sein, die Jünger-Pick-Montag. 5,7 und unsere Gasse Peter Daniels. Hacki, eine Legende in diesem Sport, der Fahrer. Hacki, ein Name, der mit dem Sport in Deutschland gewachsen wird. Vor zwei Feuern dabei. Und jetzt in diesem Land der 5,4-Torre. Seht alles dabei! Kalt Verstärung Jetzt geht es um den Land der 5,4-Torre. Und jetzt ist es um den Land der 6,3-Torre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der Obe war hoch, das ist ja sacksam geschlossen, ein kleines Lief, was da unten drin ist und ich verlohnte, gequatschehaftige, keinen Blick davor da hast. Peter Daniels, jetzt zeig dem mal, was Superstand da ist. Okay, holt den Schafpist, Peter Daniels, Green Hockey, Green Hockey, das ist halt einfach der Grüne aus dem Sieb der grünen Daniels. Peter Daniels, Peter, auf dem Bock. Auf dem ist noch mal die Fahrerlager, auf dem ist noch mal die Magasine, Frems, hier, auf der Grenze der Bahn. Aber ich mag es nicht gar nicht, dass er ganz so gut ist. Wir wissen, dass wir jetzt nicht mehr sehen, was aber wir jetzt in Ehlers haben. Der Obe war hoch, das war der größte Verschiegel, der hier in den Siegerpolest gekommen ist. Erdo Reutz, Jürgen, Eder, das war Sieger, er herunter. Nein, hier, das sind die viersten Vorsitzenden, das war Siegerpolest. Und der Obe war hoch, das war der größte Verschiegel. Und der Obe war hoch, das war der größte Verschiegel. Da, die Künstler, das war der größte Verschiegel. Ja, Applaus ist hier angebracht, ist wirklich angebracht, denn er hat das letzte rausgehört und hat die Kiste zum Schanzen gefahren. Irgendwas ist hin, ob jetzt ein Köln geschmolzen ist oder ein Turm abgestorniert oder sonst was. Aber da gibt es eine kleine Ausaufgabe für den Väter und seine Brüder. Der Väter wird fein, zerstäubt und verdampft augenblicklich, sodass wir eine Ladelufttemperatur von 100 Grad Celsius erreichen. Das ist bekanntlich, dass viele Punkte des Wassers, die erreichen wir natürlich erst in dem Moment, wo die Einspritzung vom Knall abgestürzt wird. Wenn die Meko feiern, das scheint sie ganz drauf zu sein, denn der 1 Liter Wasser kommt noch 100 Meter, 1 Liter Wasser, 7, 8 Liter, die so, ich spreche. Ja, der Frau hat für seine 10 Liter, zum Glück musste er die 700 Kilometer von Anholz nach Jübeck auf eigenen Rädern fahren. Das wäre ja gar nicht hier, wenn ich das Ganze verlegt habe, das ist ja nicht mehr. Der Väter wird nur diese 100 Meter, mit allem der Spritkopf auch in diesem Schmau, war spektakulär hoch, relativ. Die sind absolut ein Nettes, wie ich mit dem Goldkliefel vom Schmau, bin ich von Schmau, bin ich von Schmau. Untertitelung. BR 2018 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 Was war los? Aber da muss man die Leute einfach stoßen. Au, au, au. Da gibt es. Günder, die rote Fahne war da, oder wie? Ja. Beide rote Fahnen waren da, das hat der Fahrer nicht gesehen. Das ist ja auch verständlich, er ist so ein bisschen aufgeregt heute, glaube ich. Erster Start seit einem Jahr wieder. Und hat den Start natürlich dann auch unterbrochen. 2-3-diveau, das aus. MiniMinke 2 Wenn du Augengaben für dein Mann fliegen oben am Morgen und du bist noch bei mir in den Augen gefahren dass ich dich nie mehr verlieh Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 Vielen Dank.